Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, genau, X4 Foundations. So, ich hab ein paar Minütchen weitergespielt. Naja, Minütchen ist übertrieben. Ein paar, naja, ne Stunden waren es auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall so viel Zeit verbracht, oder ich, in der Zeit, dass unsere Station komplett ausgebaut wurde. Und dementsprechend können wir uns jetzt endlich mal den Schürfer leisten und, ja, unser eigenes Methan quasi kaufen. Oder eigenes Methan produzieren, das an die Station verhökern und dann endlich Grafen produzieren. Das ist jetzt unser Ziel, kann ich ganz kurz zeigen. Also hier Nobilios Glück. Und wenn wir auf den Bauplan gehen, sehen wir, alles voll. Alles ist voll. Und wir haben jetzt auch Flüssigkeitstanks. Waren das Flüssigkeitstanks? Ja. Oder Flüssigkeitslager. Tankslager, egal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit auch Flüssigkeiten quasi abzugeben an unserer Station. Äh, funktioniert auch. Wir hatten, oder ich hatte gerade schon einen Gaslieferanten von den Teladi oder Paraniden, weiß ich gar nicht. Der uns Methan verkaufen wollte. Musste ich erstmal abbrechen. Weil ich will das Ganze ja selber produzieren. Auftrag ausgeführt. Und ich hoffe mal, dass das dann auch so klappt, wie ich es gerne hätte. So, wir fliegen erstmal zum Raumpier. Oder wie heißt das hier? Doch, Raum-Dock heißt das hier. Von den Teladi. Da müsste eigentlich auch noch ein Schiff von uns angedockt sein. Genau. Der Elite-Angreifer nämlich. Den wir ja in der letzten Folge am Ende uns noch gecashed haben. Auftrag ausgeführt. Und den werde ich dann auch gleich noch als Verteidiger mit einsetzen. Aber erstmal andocken. Ja, gescannt habe ich auch ein bisschen. Ich habe aber nicht ein einziges Datenleck gefunden. Bin ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Dass ich wirklich gar nichts gefunden habe. Missionen habe ich ein paar gemacht. Die habe ich gefunden. Aber Datenlecks wirklich gar nicht. Andock Erlaubnis erteilt. So, okay. Dann. Ja, denn dann der Computer hilft uns natürlich wieder. So. Alright. So, dann kommen wir uns noch ein Schiffchen. Ein M-Gas-Schirfer. Gekommen. Äh, der kriegt eine Reise. Obwohl, der kriegt mal. Auftrag ausgeführt. Der kriegt gleich mal MK2-Dinger. Ähm, die hier. Dann kriegt er zwei gute Schilde. Ähm, äh, zweimal Pulsenergie zur Verteidigung. Einen Lande-Computer. Flugassistent. Langstrecken-Scanal. Auftrag ausgeführt. Und Handels-Computer. Obwohl, ein Handels-Computer bräuchte er eigentlich auch nicht. Weil, der wird ja eh nur an unserer eigenen Station arbeiten. Und Service-Mannschaft meinetwegen Nummer 3. So. 7,53. Bestätigen. Wir stehen trotzdem mal auf. Hallo. Hallo. Und gehen mal zum... Schiffsverkäufer, heißt der so? Schiffshändler, heißt er. Denn wir haben auch schon... Und dazu gehe ich mal kurz in die Forschung. Hier die ersten Rumpf-Modifikationen und so weiter erforscht. Ja, hier Heckmodule habe ich jetzt alle. Jetzt bin ich gerade dabei, ja, einfache Modifikationen haben wir schon. Aber dann die erweiterten zu machen. Aber die einfachen Modifikationen. Dazu geht man zu Schiffshändlern und hat hier die normale Werkbank. Und hier noch eine Werkbank. So, welche ist die für Schiffs-Modifikation? Also, diese hier. Und hier sehen wir, also Elite-Angreifer. Wir haben auch mal den Falken... Oh, Elite-Angreifer, das ist ja das andere. Auftrag ausgeführt. Schiffchen. Da können wir es ja hoffentlich mal zeigen. So, hier gibt es diverse Modifikationen. Wie gesagt, muss man alle freischalten oder erforschen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, erstmal so ein bisschen Lackierung zu ändern und so weiter. Erwarte Befiebe. Gibt auch später bessere. Aber ich würde gerne Modifikationen machen. Beispielsweise Waffen-Modifikationen. So, das Ding hat einen Puls-Laser. Und jetzt haben wir hier diverseste Modifikationen, die wir benutzen könnten. Und wir sehen, wir haben auch die Teile dafür. So, wir könnten Auflade, also Waffenaufladezeit verkürzen. Wir können die Abkühlungsmodifikation, also Waffenkühlung verbessern. Wir können Waffenkühlung verbessern. Wir haben hier Schadensmodifikationen, um den Waffenschaden zu erhöhen. Und das ist eigentlich das, was ich gerne machen würde. Und wir sehen hier diverse Sachen. Also, wir könnten den Waffenschaden verbessern. Wieso kann ich das nicht machen? Nicht genug Ressourcen. Ach, mir fehlt ein Hochenergie-Katalysator oder was? Ne. Einfache Waffenkammer? Warum kann ich das nicht machen? Ach da, einfache Waffenkammer fehlt mir. Mist. Ah, können wir doch noch nicht zeigen. Oder können wir Schildmodifikationen? Mal gucken, ob wir davon was haben. Das können wir doch machen. Okay, dann fangen wir mit den Schildmodifikationen an. Und zwar, können wir die Schildkapazität erhöhen? Die Wiederaufladeverzögerung verringern. Oder, ja, die Wiederaufladerate erhöhen. Meine Forschungen sind zum Abschluss gekommen. Sehr schön. Jetzt müssten wir teoriens auch die Verbesserten haben. Auftrag ausgeführt. Und ich würde einfach mal hier die Schildmodifikation bei dem Schiff machen. Oh ja, das könnte man eigentlich auch auf unserem Hauptschiff machen. So, und da sehen wir, also plus fünf bis plus zwanzig. Das ist so ein bisschen Glücksspiel. Also man würfelt und dann guckt man, was man am Ende rauskriegt. Für die, die sicher gehen wollen, dass sie das Beste bekommen, speichern, laden. Ähm, und dann hoffen, dass man irgendwann einen guten Wert erbekommt. Aber ich mache jetzt einfach mal auf blauen Dunst. Und sage mal, joa. Komm, wir machen doch den Elite-Angreifer. Ähm, und gucken mal, was rauskommt. So, erstmal kriegen wir eine Errungenschaft-Bastler. Und wir sehen, 8,77% haben wir bekommen. Können das Ganze wieder zerlegen, wenn es uns nicht gefällt. Aber wie gesagt, ist jetzt eh nur so ein kleines Teil. Und wir sehen, 1182 haben wir jetzt. Davor waren, weiß ich nicht, 1100 oder so. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber so kann man sich quasi die ganzen Modifikationen hier quasi dazuhauen. Und das finde ich echt eine coole Mission, oder eine coole Variante. So. Ne? Haben wir mal gesehen, wie Modifikationen gehen. Auftrag ausgeführt. Und das kann man dann mit diversesten, oder mit allen Seiten Schiffen machen. Aber, ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich nur für mein Hauptschiff immer machen. Erwarte der Fehle. Und das werde ich dann auch mal zwischen den Folgen machen. Ähm, und da, naja, ne, mit Speichern und Laden dann die besten Sachen rausholen. Weil die Dinger kosten halt wirklich verdammt viel Asche. So. Aber, wir haben erstmal hier drei Schiffe am Start. Einmal den Honigfresser. Einmal den Eliteangreifer. Der wird gleich mal einen neuen Auftrag bekommen. Nämlich Schiff beschützen. Zu wählen das Schiff. Honigfresser. Und bestätigen. Und dann noch ganz kurz zuweisen. So. Und den Honigfresser. Den würde ich ganz gerne erst einmal in ein anderes System fliegen. Und das, ja, würde ich tatsächlich auch manuell machen. So. Wir können jetzt entweder auf das Schiff laufen. Laufen. Oder wir teleportieren uns einfach hin. Auftrag ausgeführt. Wir können ja mal hinlaufen. Äh. Ne. Da steht unser. Da vorne ist ein Fahrstuhl. So. Dann fahren wir mal runter. Den hier, der schon da ist. Und dann laufen wir da hinten zu unserem Honigfresser. Und werden den mal Richtung Station begleiten. So. Ich hoffe, dass das mit dem Handeln auch so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Beziehungsweise mit dem Schürfen und Liefern an die Station. So. Erstmal hier zur Landebucht laufen. Ist schon ein Riesenteil. Und das ist ein M-Schiff, ja. Also. Auftrag ausgeführt. Da gibt es noch eine Nummer dicker. Und. Na gut. Die Konstruktionsschiffe sind dann nochmal. Noch eine Nummer dicker. Hier müssen wir reinkommen, ne? Genau. Alright. Ja. Ne. Kleines Schiff. Alter Schwede. Das ist ein Teil, ey. Wir müssen jetzt mal gucken, wo es hier oben reingeht. Ich tippe mal hier irgendwo. Da vorne geht es rein. Okay. Gut. Hallo? Honigfresser. Gehen wir mal ins Cockpit. Falsche Richtung. Und. Erstmal gucken. Also. Pilot 4. Moral 3, 2 Drittel. Alter Schwede. Was für ein geiler Typ ist er denn. Ich grüße Sie. Auftrag ausgeführt. Wow. Der Pilot ist wirklich mal ultra gut. Da sehen wir auch drei Sterne. Und Capitano. Alter ist ein 5 Sterne. Ach ne. Das sind 4. Ähm. Oh ne. Vollständig cruelest. Nein. Äh. Da. Wo nicht fresser. Mal zumachen. Äh. Erstmal benennen wir ihn anders. Und zwar. Sammler Gas. Ach. Das ist wieder das Blöde. Dass man immer noch nicht nach vorne kommt. Sammler Gas 3. Okay. Äh. Vielleicht benennen wir den auch nochmal anders. Also. Unser Hilfspilot. U-Gurus. 4 Pilot. 3 Moral. 1 Management. Mega Typ. So. Service Mannschaft. Die sind immer kacke. Genau. Die sind wirklich immer kacke. Auch wenn man sich die von Station holt. Sind die kacke. So. Mal wieder zumachen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen. Docken wir mal ab. Auftrag ausgeführt. Und fliegen wir mit dem Honigfresser. Mal. Ja. Es ist wirklich wieder. Es tut mir leid. Kurz mal hier sagen. Leitsystem. Okay. Wir müssen wieder die große Runde. Fliegen. Auftrag ausgeführt. Aber wir haben direkt vor der Haustür schon mal das Sprungtor ins nächste Gebiet. Was ist das denn für ein Sprungtor? Ach so. Der geht wieder zurück. Alles klar. Gut. Dann fliegen wir mit unserem kleinen Honigfresser. Richtung unserer Fabrik. Können wir uns dann auch gleichzeitig mal die Fabrik ein bisschen angucken. So. Ich glaube ich muss hier ein bisschen mehr Platz lassen. Weil das Ding halt wirklich mega groß ist. Erreiche System. Ovitables Andenken. Können wir uns auch mal von außen angucken. Wenn wir auf Kurs sind. So. Gehen wir mal an die freie Kamera. Ist schon geil. War Minus? Minus? Ja. FOS 274. Unsere Kennung. In gelb. Da links haben wir Pulslaser einen. Da drüben ist noch ein Pulslaser. Das müssten glaube ich die Schilde sein. Die MK2 Schilde. Auftrag ausgeführt. Ähm. Die Navigationsdinger. Ich weiß gar nicht ob das die hier sind. Also das ist der Antrieb glaube ich. Die Navigationssachen. Auftrag ausgeführt. Oh Piratenüberfall. Oh oh stopp 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 stopp. Äh eins. Wer wird überfallen? Irgendjemand wird überfallen. Oh der da. Sammler. Äh teleportieren. Müssen wir ganz kurz helfen. Elite Angreifer. Ich grüße sie. Jo grüß dich. Äh dein Chef wird angegriffen. Hab ich gehört. Ne wird er nicht. Äh okay. Auftrag ausgeführt. Wird doch keiner angegriffen. Ja gut. Dann hab ich mich vertan. Dann teleportieren wir uns wieder zurück. So ich hoffe dass er trotzdem seinen Auftrag jetzt behält. Ich wurde aufgefordert meine Fracht auszuwerfen. Geierverteidiger. Ah das ist ärgerlich. Der Geierverteidiger. Auftrag ausgeführt. Der hat hat der Verteidigungssachen? Schild will der Reisegeschwindigkeit. Best Waffenleistung. Ja gut. Wir können ja mal hinfliegen. Ich weiß gerade nicht was sein Auftrag ist. Aber wir versuchen ihm mal zu helfen. Flieverteidiger. Die werden fliegt sie hier. Erreiche System. Nopileus Glück. So. Komm wir fliegen einfach mal. Okay der hat leider keine Verteidigungssachen. Wir fliegen einfach mal da rein. Und hoffentlich werden wir dann den Piraten erstmal ein bisschen los. PGS Plünderer. Die sollten wir vielleicht mal mit nem Kampfschiff irgendwie zerstören. Vielleicht mit unserem Falkenverteidiger. Aber erstmal retten wir hier unseren Transporter. Auftrag ausgeführt. Wir können ja mittler oder zwischendurch auch mal sagen, dass der Sammler mal hier hinfliegen soll. So der Elite Angreifer soll eigentlich ihn beschützen. Genau. Rolle zuweisen. So dann passt das auch wieder. So ich hoffe ich treffe das Teil. Ihnen fehlt es an dem was es braucht um erfolgreich zu sein. Gut okay dann haben wir den auch nicht verteidigt aber rausgeholt aus der Scheiße. Auftrag ausgeführt. Bönte ist leider dass wir die auf oder die Zuweisung mal aufheben dadurch. Das ist ein bisschen blöd aber dann weisen wir ihm einfach wieder zu. So ihr seid alle zugekriegt. Auftrag ausgeführt. Ja ich weiß nicht warum man nicht den Highway benutzt sondern einfach selber durchfliegt. Aber okay. Weil jetzt werden wir das gleiche Spiel wieder haben, dass er hier von Piraten angegriffen wird. Naja. So der Sammler. Der macht sich jetzt auf den Weg zu der Fabrik. Wir werden mal mit unserem Hauptschiff da auch hinfliegen. Verteidiger. Ich grüße Sie. Abdocken. Ja ich habe zwischendurch auch wieder ein paar Kristalle gefarmt. Und die für ich glaube eine Million oder sowas knapp verkauft. Warte das hat sich mal wieder richtig gelohnt. Ach hier müsste ich eigentlich mal Teladi Finanz Zentrum müsste ich eigentlich mal Auftrag machen. Auftrag ausgeführt. Weil hier haben wir aktuell nur minus drei ansehen. Das ist naja minus. Erreiche System. Profitables Andenken. Auftrag ausgeführt. Repariere Teladi Unternehmen. Ich wusste dass ich auf sie zählen kann. Nehmen wir mal kurz an. Ich hoffe dass das auch für den Finanz Dings ist. Und nicht für die normalen Teladis. Antimaterie Wandler Fabrik. Ach müsste es das Unternehmen. Ja gut okay. War jetzt die falsche Mission aber. Oder die falsche Fraktion besser gesagt. Aber egal. Reparieren wir schnell mal das Teil. Beziehungsweise stopfen die Datenlecks. Und dann. Haben wir noch ein paar Marken nebenbei gemacht. Dann sollte hoffentlich unser Honigfresser auch schon im Sektor ankommen. Auftrag ausgeführt. So einmal hier kurz reparieren. Hallo. Erwarte Befehle. Raumanzug. So einmal die Datenlecks schnell reparieren. Nummer eins. Äh okay. 550 Meter. Das können wir auch mal machen ohne wieder an Bord zu gehen. Ich hoffe dass der nicht innerhalb der Station liegt. Das geht ja zum Glück relativ fix. Wir hören es auf jeden Fall schon. Was ist denn? Und natürlich liegt es innerhalb der Station. Ernsthaft? Nee da ist es sehr schön. Graf. Mission completed. Und wir kriegen nochmal 170.000. Sehr geil. Sollte man sich nur auf unser Schiff finden. Erwarte Befehle. Aber das müsste ja irgendwo hier oben sein. Da ist es. Andock erlauben ist erteilt. Wo geht es rein? Da. Ich glaube wir sind auch sehr viel groß. Ist denn runter und dann voll in das Schiff gestürzt. Hallo. Hallo. Gut okay. Wir fliegen weiter. Ich hoffe das war das Sprungtor was wir brauchen. Äh ja. Ja es ist. Erwarte Befehle. So der Gassammler ist schon angekommen. Sehr schön. Wo ist denn sein Verteidiger? Erwarte Befehle. Der Elite Angreifer. Der fliegt hier noch fleißig umher. Wunderbar. Kommt aber auch gleich da an. Ah der Geier. Der ist wieder auf Kurs zur Station. Der hat glaube ich irgendeinen Handelsauftrag. Genau. 9000 Energiezellen dürft ihr an Bord haben. Genau. Sehr schön. Dann Nobileos Glück. Können wir kurz gucken. Bauplan. Okay. Hier wird produziert ohne Ende. Ähm da kann ich euch auch gleich mal die logische Übersicht zeigen. Die habe ich mir mal ein bisschen angetan. Ähm hier seht ihr nämlich alles. Ja quasi was. Mit eurer Station und den ganzen Ressourcen zu tun hat. Also hier seht ihr erstmal eine Übersicht. Was produziert wird. Und wie die ganzen Verbindungen dazu sind. Also wir sehen. Wir produzieren Energiezellen. Ich weiß nicht warum es zweimal hier steht. Da bin ich mir ein bisschen unsicher gerade. Ähm. Und aus Energiezellen machen wir quasi Energiezellen. Da seht ihr quasi das Lagerraum. Oder den Lagerraum für Energiezellen. Der ist komplett voll gerade. Ergo wir haben 22.000. Ähm. Ganz kurz. Autopilot eingeschaltet. Autopilot mal einschalten. Also wir haben 22.000 Energiezellen. Volle Lotte quasi. Und diese Energiezellen brauchen wir für die Grafen. Das seht ihr hier. Ich weiß auch nicht warum hier zweimal Grafen sind. Vielleicht liegt es daran, dass wir zwei Module haben. Das wäre meine einzige Erklärung dafür. Und wir sehen beispielsweise hier auch die Effizienz. Also wir haben aktuell eine Effizienz von 100. Das macht quasi in der Stunde 12.000. Und ja. Zeit bis die Ressourcenverbrauch sind 0. Denn wir verbrauchen gerade aktuell gar keine. Diese Produktivität von 100% können wir auch noch steigern. Ähm. Indem wir später Arbeitskräfte hinzufügen. Hier sehen wir. Die optimale Anzahl an Arbeitskräften wäre für diese Station. Wie wir sie gerade gebaut haben. 360. Da müsste man dann ein paar Arbeiterstationen, Wohnstationen oder sowas bauen. Ähm. Die habe ich allerdings noch nicht. Oder Wohnmodule. Ähm. Die muss man sich erst für verdammt viel Geld kaufen. Und dann kann man dadurch noch die Effizienz seiner Station verbessern. So. Für die Grafen brauchen wir Methan. Das sehen wir hier. Ich habe mal hier Handel mit anderen Fraktionen beschränken ausgeschaltet. Also wir kaufen jetzt quasi keine Methan-Teile oder Methan-Sachen. Von Fremden. Ähm. Sondern wir sind quasi selbst dafür verantwortlich, die Dinger zu besorgen. Das machen wir, wie gesagt, jetzt mit unserem Schürfer. Und dann sollten wir hoffentlich auch Grafen herstellen. Die produzieren 1650, also 3300 in der Stunde. Verbrauchen 2400 Energiezellen. Die schaffen wir locker. Und Methan 4800 in der Stunde. Das ist heftig. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob das zusammengerechnet ist. Die 12.000. Oder ob das jede Station 12.000 macht. Oder jedes Modul. Da bin ich mir unsicher. Autopilot. Ausgeschaltet. Autopilot. Eingeschaltet. Ne, den muss ich ja einschalten, den Reisemodus. Ja. Also das zu der logischen Übersicht. Ist am Anfang natürlich noch relativ wenig. Denn, ja, es gibt halt nur zwei Produktionsstätten aktuell bei uns auf der Station. Ähm, der Gassammler. So, sein Kompanion ist da. Jetzt würde ich ihm sagen. Erstmal bitte. Information. Auftrag abbrechen. Dein Auftrag heißt Position halten. Genau. Du machst bitte. Schürfen. Automatischer Bergbau von Methan. Maximale Torentfernung ist mir eigentlich groß. Machen wir vier. Bestätigen. So, und du bist bitte ihm. Genau. Bergbau für diese Station. Maximale Torentfernung, sagen wir mal, sechs. Erreiche System. Drei Einigkeit. So, und jetzt dürfte er hoffentlich für diese Station schürfen. Also, wir haben ihm quasi den, der Station unterstellt. Sehen wir auch, Sammler Gas drei. Das läuft. Erreiche System. Sinnhafte Vergeltung. Kann es sein, dass ich gerade sinnlos über den Highway fliege? Egal. So, und ich hoffe, dass der jetzt tatsächlich irgendwo was findet. Autopilot. Ausgeschallt. Erreiche System. Frommer Nebel. Und da für uns dann schürfen geht. So, wunderbar. Keine Ahnung, warum er den Highway nicht verlassen hat. So. Ich hoffe, dass das auch wirklich so klappt, wie ich es mir vorstelle. Dass nämlich er jetzt hier losfliegt. Und für uns schürft. Ja, okay. Er wechselt schon mal den Sektor. Das ist sehr gut. Das macht viel aus. Und, wo fliegt er hin? So, jetzt ruckelt es wieder für euch. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. So, er fliegt da hin. Dann fliegt er in den Sektor oder in den Abschnitt, den wir noch gar nicht kennen. Und da wird er wahrscheinlich Gas schürfen. Ist Quatsch. Methan wird er schürfen. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Na, wer ist das wohl? Natürlich der Geier. So. Dann fliegen wir da jetzt mal ganz kurz mit unserem zivilen Schiff hin. Oder mit unserem Verteidiger. Erwarte Befehle. So, jetzt ist die Schnauze voll. Autopilot. Erreiche System Nupileus Glück. Jetzt fliegen wir da hin und bekämpfen mal ein bisschen die Piraten. Autopilot. Erreiche Nupileus Glück 2. Das geht mir nämlich tierisch auf den Senkel. So, wir brauchen den linken. Und dann werden wir kurz mal da die Piraten zerschnetzeln. Das ist mir nämlich zu blöd. Bevor der Geier da immer wieder abhaut. So wie er es jetzt, glaube ich, gerade wieder macht, ne? Was sind wir denn? Da hinten. Genau, da haut er nämlich gerade wieder ab. Und hier haben wir PGS-Plünderer, Behemont-Angreifer. Ja, der wird auch wieder verfolgt. Dann greifen wir ihn mal unter die Arme. Wenn er schon keinen eigenen Verteidiger hat, dann müssen wir das mal übernehmen. Wobei er natürlich hier auch in dem Sektor, den beschissensten Sektor, erwischt hat. Weil hier einfach mal gar keine Stationsverteidigung oder generelle Verteidigung herrscht. Das müssen wir halt alles selber machen. Die anderen Sektoren haben ja genug Kampfschiffe im Raum immer unterwegs, die ja dann auch mal so nebenbei ein bisschen was kaputt schießen. Ja, hier in den neutralen Sektoren, da muss man halt mal Glück haben, dass irgendeiner gerade vorbeifliegt. Oder am Start ist. So. Okay. Wo sind die? Okay, da irgendwo müssen sie sein. Die PGS. Packt grüne Schuppen. Gut, das waren wir aber in der nächsten Folge. Und nicht mehr heute. Das war, ja, wie gesagt, erstmal so ein bisschen das Update. Da ist er übrigens. Der PGS-Bilder war. Alter, okay, ich glaube, der wird uns ziemlich zerhacken. Das ist nämlich so ein Megaschiff. Ja, okay, ob wir das hinkriegen, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Sie wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Ciao und tschüss. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja. Sehr gut.